Das ist der Magen von Halle? Schaut doch mal da hoch! Ist das eine Nebelwast? Los, Abmarsch, ins Auto, sofort! Das ist eine Lawine! Ja, dann muss ich, beeilt euch! Hallo! Wir sind die fünf Geschwister. Erlebe mit uns ein ganz besonderes Weihnachten. Wir geleiten uns durch den Advent mit dem Fünf-Geschwister-Adventskalender. Jeden Tag gibt's einen ganz besonderen Leckerbissen zu hören von unserem neuen Adventsabenteuer. Gefährlich rieselt der Schnee. Das ist doch ganz nach deinem Geschmack, oder, Brüderchen? Ja, na, logisch. Ich sag nur, einsame Hütte in den Bergen, der sagenumwobene Schneemensch, ein alter Goldschatz. Verrat nicht zu viel.